Von dem her... Da scheint es weiterzugehen. Da auch. Ja, ich mach das extra immer so spannend. Alter, jetzt hab ich mich vor der scheiß Kerze erschrocken. Mann, Mann, Mann. Die Soundkulisse ist aber auch jetzt wirklich eine deutlich andere, muss ich sagen. Wer bist du? Ach, wahrscheinlich der meinige, den ich sonst wohin gesammelt habe. Seems legit. Schön, dass er noch einen Schatten hinwirft. Boah, der Sound, Alter. Ich bin ziemlich begeistert. Merkt man bestimmt gar nicht. Was? Was für ein Alfred? Alberto. Fadrico. Vicente. Gabino. Ach, das sind alles Verstorbene, glaub ich, ne? Luisa. Benito. Sieht so aus wie so ne Totenanzeige. Wie man die, ähm, aus der Zeitung kennt. Wie man die, ähm, aus der Zeitung kennt. Oder wie ich sie aus der Zeitung kenne, zumindest, höh. Äh, b-b-b-b. Ja, mach auf den Schinken. Ja, mach auf den Schinken. Noch mehr Suppe. Schatten. Voll. Guck. 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 Wieder fast voll. Dann... Muni. Ja, gut. Konten wir jetzt das eine, was wir aufgewertet haben. Ih, der tropft ja noch. Ist ja die Frage, sind die untot? Denn, also, ja, keine Ahnung. Dann wäre das ja, hätten die ja eigentlich schon längst geronnenes Blut haben müssen. So, das habe ich beim letzten Mal überhaupt nicht gesehen und bin prompt in die Luft geflogen. Dieses geheimnisvolle rote Leuchten, das total unauffällig war. Eine Granate, na toll. Ja, egal. Ja, b-b-b-Bastelzeug. So, da rechts war jetzt das zum Runtergehen, genau. Und jetzt ist hier links das zum Runtergehen und... Puh. Hier ist nur schlammige Erde oder sowas. Ja, dann. Nein. Oh mein Gott. Ich finde den so cool, aber ich hasse ihn. Ja! So sehr. Ja, 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 tschuldigung, tschuldigung. Okay, das hört nicht wirklich... Oh! Ah! Lalalalalalalala, lalalalalala! Zweikopf-Egon. Okay. Dieses giftige Gas scheint nicht brennbar zu sein. Schrägstrich hochentzündlich. Was geht hier? Komm, hier muss doch irgendwas sein. Ah! Blalalalalala! So viel Zeit muss sein. So, dann drehen wir hier noch. Aber irgendwie beruhigt mich das nicht. Und jetzt? Können wir runter, zurück oder hä? Oder was? Oder wie? Ah! Genau, immer tiefer. Das ist bestimmt ein guter Plan. Ganz fantastisch. Nicht. Hätte ich vielleicht doch erst die andere Seite nehmen sollen. Äh. Kontrollverlust. I don't like this shit. Everybody. Yeah, yeah. Däh! Ich komm nicht in das Teil dahin. Schade. Willkommen zurück! Meine Deepings-Gegner sind inzwischen aufgetaucht. Die Zweikopf-Egons. Ich älte sie so sehr. Sie gehen mir so auf den Keks. Hm. Sie gehen mir so auf den Keks. Ich bin schon wieder zu ruhig. Ich mache es kaputt. Gitter, Zug, Gossen, keine Ahnung. Alles dicht. Da wird's auch nicht weiter. Hä? Äh. Spinnweben. Stein auf Stein. Jetzt kommt wahrscheinlich nochmal so eine Vergiftungs-Action. Yeah. So was mag ich ja nicht. Äh. Oh, Blutpartikelchen schon wieder. Hallo, Blutpartikelchen. So, an welcher Seite kann ich die jetzt entschärfen? Gar nicht. Oder wie, oder was? Hallo. Ich möchte bitte entschärfen. Hallo. Das war ja sehr erfolgreich. Warum macht denen das nix? Das geht aber verdammt schnell hier, meine Freunde. Ich glaube, ich werde sterben. Ich sehe auch einfach gar nichts mehr. Und hier ist zu. Äh. Hallo? 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 Ja, das kann man wohl sagen. Scheiße. Jetzt habe ich bestimmt voll viel Loot verpasst. Mannu? So eine Scheiße. Das klingt voll ehrlich. Mannu. So eine Scheiße. Das ärgert mich total. Hä? Kommen wir da nicht weg? Offenbar nicht. Ne. Ach ja, genau. Ich habe ja gerade geskyllt. Und ich glaube beim nächsten Mal muss ich bei den Kopfhörern meine Öhrchen vom Schmuck befreien. Das drückt ein wenig. Und da ist jetzt endlich die zweite Steintafel. Und wir sind wieder zurück im Sammelraum. Yay. Der da. Der da. Der da. Okidoki. Nur noch eins. Er ist so schlau. Ohne ihn hätte ich das nicht begriffen. Danke, Sebastian. Nun gut. Die nächste düstere Treppe runter. Und ich habe Nacken. Ah, Freunde. Irgendwelche Folterkeller hier von dem Tresorkopf. Yo. Ja. Ja. Es ist unglaublich. Eine Fahrstuhlfahrt vor Notting Hill. Ich hoffe, das betrifft nicht uns, aber ich befürchte doch. So... Ok... Achso! Ich dachte schon. Da ist sie, die Schnur. Die Böse. Ich hoffe, das klappt diesmal besser. Offensichtlich... Ach, da wäre einem nur was um die Ohren geflohen, oder was? Ich dachte, das löst die Walze aus. Nun denn. Warum kann man den nicht anziehen? Nix dabei? Die sind aber wieder geizig heute. Control-Punkt. Base ohne Gefäß. Mhm. Manchmal habe ich das Gefühl, das Spiel hat verzweifelt versucht, ein bisschen auf Rätselig zu aber ich kann es noch einmal aufreken.